Wir beschäftigen uns hier meistens mit dem Thema Auswandern und was die steuerlichen Konsequenzen dieses Schrittes sind. Was aber passiert, wenn ich nach ein paar Jahren nach Deutschland zurückkehre? Wird mich das Finanzamt durchleuchten? Muss ich mich für den Behörden nackig ausziehen? Was genau ist zu beachten? Auf all diese Fragen wollen wir in diesem Video eingehen. Beachte dabei bitte, dass der Großteil unserer Zuschauer ins Ausland umzieht, um Steuern zu sparen und daher auch aus einem steuergünstigen Land nach Deutschland zurückkehrt. Wenn du jemand bist, der ein paar Jahre als Expat zum Beispiel in Dänemark gearbeitet hast oder in Frankreich, dann sind vermutlich viele der hier gestellten Fragen überhaupt nicht relevant für dich. Die erste Frage, die wir sehr häufig hören von Mandanten ist, muss ich steuerfreie oder niedrig versteuerte Einkünfte aus dem Ausland, die ich während meiner Zeit im Ausland erwirtschaftet habe, in Deutschland nachversteuern, wenn ich zurückkehre? Die wichtigste Frage für viele Mandanten ganz eindeutig. Kann ich meinem Ausland erwirtschaftetes Vermögen einfach so mitbringen nach Deutschland? Muss ich irgendwas erklären? Muss ich irgendwas offenlegen? Grundsätzlich gilt, das Finanzamt prüft nicht automatisch bei allen Rückkehrern, was diese im Ausland, in ihrer Zeit im Ausland verdient haben. Im Gegenteil, es werden eigentlich nur Stichproben gemacht und ansonsten womöglich exponierte Steuerzahler geprüft. Jene also, die aus Deutschland weggezogen sind, ein hohes Einkommen hatten in Deutschland davor, die vielleicht eine Vorgeschichte mit dem Finanzamt hatten und vielleicht auch jene, die nur für besonders kurze Zeit weg waren. Das heißt, wenn du als Student Deutschland verlässt und nach fünf Jahren mit einer Million zurückkommst, prüft vermutlich niemand irgendetwas. Du musst keine gesonderten Erklärungen abgeben und melden, was du im Ausland verdient hast. Als Faustregel gilt, wenn du dich beim Wegzug korrekt aus der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland verabschiedet hast und im Hinblick auf deine Einnahmen keine Sonderregeln gelten, zum Beispiel die erweitert beschränkte Steuerpflicht, darüber reden wir gleich noch, dann musst du auch nichts nachversteuern, wenn du nach Deutschland zurückkehrst. Nimmt das Finanzamt dagegen an, dass du Deutschland nie wirklich verlassen hast, dort vielleicht einen Wohnsitz hattest oder auch wenn du Einkünfte hattest, die eigentlich in Deutschland zu versteuern gewesen wären, während deiner Abwesenheit und es kommt zu einer Überprüfung, dann musst du gegebenenfalls nachversteuern. Die zweite Frage, die sehr häufig gefragt wird, ist, wie lange muss ich eigentlich im Ausland bleiben, damit mein Wegzug rechtssicher ist? Viele fragen uns, wie viele Jahre muss ich wegbleiben? Wann kann ich wieder nach Deutschland zurückkehren? Die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich folgende. Besteht das Risiko, dass ich weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bleibe, wenn ich nur für kurze Zeit im Ausland verweilt habe und somit dann steuergünstig erwirtschaftet das Einkommen nach meiner Rückkehr nach Deutschland nachversteuern muss? Mir gefällt eigentlich diese Frage nicht, denn die zielt eigentlich immer darauf ab, wie kann ich tricksen? Was ist, wie gesagt, was ist eine mögliche Umgehung, die gerade noch so legal ist? Wir empfehlen allen Mandanten, Deutschland endgültig zu verlassen. Also das muss deine Einstellung, deine Haltung und dein Plan sein. Sicherlich, du kannst nach ein paar Jahren deine Meinung ändern, ist ja ganz normal, dir gefällt es im Ausland nicht. Es gibt familiäre Gründe im Inland, deine Eltern werden krank oder was auch immer, warum du dann zurückkehrst. Aber beim Verlassen solltest du dich so verhalten, wie wenn du Deutschland für immer verlassen würdest. Und wenn du dann schon im Hinterkopf hast, naja, wie kann ich jetzt irgendwie tricksen? Wie kann ich schon nach einem Jahr zurück? Nach meiner Meinung funktionieren solche Modelle überhaupt nicht. Zurück zur Frage. Damit du in Deutschland keine Steuern mehr bezahlen musst, beziehungsweise nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig bist, musst du die unbeschränkte Steuerpflicht nach § 1 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes beenden. Die unbeschränkte Steuerpflicht knüpft sich zum einen an den Wohnsitz und zum anderen an den gewöhnlichen Aufenthalt, falls kein Wohnsitz vorhanden ist. Mit dem Wohnsitz haben wir uns ja schon in diversen Stellen und auch in anderen Videos beschäftigt. Es gilt eindeutig, hast du eine nutzbare Wohnung in Deutschland, bleibst du unbeschränkt steuerpflichtig, egal wie lange du dich aufhältst in Deutschland. Auch wenn du nur einen Tag im Jahr in Deutschland bist, auch wenn du gar nicht in Deutschland bist, aber eine nutzbare Wohnung hast, die ein Wohnsitz ist, dann bist du unbeschränkt steuerpflichtig. Beschäftigen wir uns jetzt mit dem gewöhnlichen Aufenthalt. Sehen wir uns hier zunächst § 9 der Abgabenordnung an. Dort heißt es, den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. In diesem Satz merkst du schon, wie wichtig die Intention ist. Also hier steht nicht drin, den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand, der nachweisen kann, dass er in den letzten 183 Tagen sich dort aufgehalten hat oder dass er hier eine Mietswohnung hatte oder eine Stromrechnung hatte oder was weiß ich was, sondern er hält sich irgendwo auf, wo er die Intention hat, die auch erkennbar ist von außen an ganz klaren Beweisen, dass er dort nicht nur vorübergehend verweilt. Also ganz klar in die Zukunft gerichtet, nicht in die Vergangenheit. Im Steuerrecht extrem wichtig, was ist meine Intention? Das bedeutet eben, dass du nachweisen musst, dass du Deutschland nicht nur vorübergehend verlassen hast, sondern endgültig, da sind wir wieder dabei, und keine klar definierte Rückkehrabsicht haben darfst. Wenn von Anfang an klar ist, dass du nur für ein Jahr im Ausland bist, zum Beispiel als Entsandter oder als Student im Ausland oder auf Kreuzfahrt gehst für ein Jahr, endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland möglicherweise nicht. Ab wann gilt der gewöhnliche Aufenthalt also als aufgegeben? Der Gesetzgeber schreibt, der gewöhnliche Aufenthalt im Inland ist aufgegeben, wenn der Steuerpflichtige zusammenhängend mehr als sechs Monate im Ausland lebt. Aus deutscher Sicht bist du also erst wirklich im Ausland, nachdem du dort sechs Monate gelebt hast, selbst wenn die unbeschränkte Steuerpflicht bereits endet, wenn du Deutschland verlässt. Kommst du also nach einem Jahr wieder nach Deutschland zurück, dann warst du faktisch nur sechs Monate weg. Und wenn du dann noch Besuche in Deutschland gemacht hast, manche vielleicht sogar länger, sieht es ganz schnell für dich zappenduster aus. Daher solltest du mindestens zwei Jahre im Ausland sein, bevor du an eine Rückkehr denkst. Wir raten grundsätzlich zu mehr als fünf Jahren. Und dies liegt einfach daran, weil ganz klar aus der Steuergesetzgebung hervorgeht, dass auch für den Gesetzgeber eine Abwesenheit von mindestens fünf Jahren als wirklich weg gilt. Zu Ende zum Beispiel die deutsche Schenkungssteuerpflicht und auch die Erbschaftssteuerpflicht nach fünf Jahren Auslandsaufenthalt. Die dritte Frage, die viele Mandanten stellen, was muss ich vorbereitend hinsichtlich meiner Rückkehr nach Deutschland organisieren? Bevor du dich wieder in Deutschland anmeldest, solltest du dich fragen, ob du zum Zeitpunkt des Wegzuges steuerlich alles korrekt gemacht hast. Denke zum Beispiel an die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Bist du in ein Niedrigsteuerland umgezogen und hast noch Vermögen in Deutschland oder hast du als digitaler Nomade ohne festen Wohnsitz gelebt und hast Vermögen in Deutschland, dann fällst du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das heißt vielleicht nicht, dass du in Deutschland Steuern bezahlen musst, aber es heißt auf jeden Fall, dass du weiter dein weltweites Einkommen in Deutschland melden musst und das für zehn Jahre. Und auch hier sei nochmals gesagt, hast du sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte erzielt im Ausland, zum Beispiel als Freiberufler Rechnungen gestellt und warst ohne festen Wohnsitz unterwegs, musst du als deutscher Staatsbürger diese in Deutschland noch für zehn Jahre versteuern. Selbst wenn diese Kunden nicht in Deutschland waren und das gilt auch dann, wenn du kein sonstiges Vermögen hast. Es wird nämlich eine fiktive Betriebsstätte in Deutschland ausgelöst, welche dann als in Deutschland belegenes Vermögen gilt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es ist deine Verantwortung, mit Hilfe deines Steuerberaters zu ermitteln, ob du unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht fällst. Das Finanzamt wird dir das nicht sagen. Es ist deine Verantwortung. Hast du hier etwas nicht korrekt gemeldet? Hast du also nicht dem Finanzamt gemeldet? Ja, hier bin ich. Ich bin dahin, dahin umgezogen. Ich falle unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Dann soll dein Berater prüfen, ob hier noch Erklärungen eingereicht werden können. Und du solltest dies vor deiner Rückkehr nach Deutschland nachholen, wenn du kannst. Beachte auch, dass selbst Länder, die keine Niedrigsteuerländer sind, zum Beispiel Spanien, als solche gelten, wenn du die attraktiven Sonderstati dort genutzt hast, wie Beckham Law, NAR, Nondom und so weiter. Jetzt ganz wichtiger Punkt. Es steht automatisch der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum, wenn du deinen Erklärungspflichten nicht nachkommst. Und wenn du dann nach Deutschland zurückkehrst und es wird überprüft, dann kann es knallen. Vierte Frage, die viele Mandanten häufig stellen. Was passiert mit meinen Auslandsgesellschaften, die ich während meiner Abwesenheit aus Deutschland gegründet habe, wenn ich nach Deutschland zurückkehre? Das ist natürlich eine Situation, die ist gang und gäbe. Und da solltest du im nächsten Schritt prüfen, welche Gesellschaften du im Ausland gegründet hast, während du nicht in Deutschland gewohnt hast. Diese musst du nämlich im Jahr deiner Rückkehr in deiner Steuererklärung gegenüber dem Finanzamt offenlegen. Wenn diese bei deiner Rückkehr noch existieren. Es ist daher aus meiner Sicht ratsam, sämtliche Gesellschaften zu schließen, die keine Substanz haben. Hast du dich natürlich an einem Hotel in Costa Rica oder einem Weingut in Griechenland beteiligt und hast dafür Gesellschaften gegründet oder dich an solchen beteiligt, dann wirst du kein Problem haben. Aber alles andere, wissen wir ja selbst, Betriebsstätten thematisch, Substanz im Ausland kann zu Problemen führen. Und natürlich öffnest du Tür und Tor, dass du dann auch die ganze Vergangenheit dieser Gesellschaften gegenüber dem deutschen Finanzamt offenlegen musst. Daher rate ich dir, mein Tipp, schließe alle Gesellschaften, die du nicht mehr brauchst. Oder ganz anders gesagt, frage dich, wirklich brauche ich diese Firma noch, wenn ich wieder in Deutschland bin? Besser schließen als offen lassen, ganz klar. Wir kommen zur Frage 5 betreffend der Rückkehr nach Deutschland. Müssen Rückkehrer bestimmte Formulare ausfüllen? Man hört immer wieder von einer Vermögensoffenlegung. Zur Rückkehr selbst ist zu sagen, dass du als Rückkehrer keine gesonderten Meldungen an das Finanzamt machen musst. Hier gibt es also keine besonderen Formulare oder Prozesse, die für dich als Rückkehrer relevant sind. Für die meisten wird es die erste Steuererklärung in Deutschland nach der Rückkehr sein, die gegebenenfalls weitere Fragen seitens des Finanzamts aufwirft. Es ist klar, dass all jene, die schon vor dem Wegzug beim Finanzamt auffällig waren oder bekannt waren, hier besondere Aufmerksamkeit genießen werden. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, der nach drei Jahren im Ausland, wieder nach Deutschland zurückgekehrt war und dann erstmal für jeden einzelnen Tag dieser drei Jahre nachweisen musste, wo er sich tatsächlich aufgehalten hat. Gut, für die meisten ist es heutzutage einfach. Du druckst einfach deinen Kalender aus und mehr musst du natürlich nicht machen. Aber das zeigt dir schon, welches Interesse hier seitens des Finanzamts gegeben ist. Frage 6. Ab wann bin ich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig? Ab dem Tag der Rückkehr oder für das ganze Jahr meiner Rückkehr? Die unbeschränkte Steuerpflicht beginnt mit dem Tag der Rückkehr, egal ob diese am 01.01. oder am 30.06. oder am 17.10. erfolgt. Letzte Frage. Was ist mit der Wegzugsteuer? Wenn du weniger als sieben beziehungsweise zwölf Jahre lang im Ausland warst und immer eine Rückkehrabsicht bestand, dann ist die Wegzugsteuer bei Beteiligern und Kapitalgesellschaften nicht fällig. Hast du also beim Wegzug die Steuer bezahlt, dann bekommst du diese zurück. Kam es noch gar nicht zur Veranlagung, weil das Finanzamt so lange damit braucht, kommt es nach Rückkehr auch gar nicht mehr zu dieser. Wenigstens nicht unter normalen Umständen oder sagen wir mal, es sollte nicht dazu kommen. Aber sehr wichtig, auch hier wieder geht es um das Thema Intention. Die Wegzugsteuer wird nur dann nicht fällig, wenn du eine lupenreine Rückkehrabsicht nachweisen kannst. Ansonsten musst du zahlen, auch wenn du nach nur einem Jahr wieder nach Deutschland zurückkehrst. Ziehe hierzu auch unsere anderen Videos, wo ein Betroffener bis zum Bundesgericht klagen musste, damit er die Steuer nicht bezahlen musste. Ganz wichtiger Punkt. So, das waren sie unsere sieben häufigsten Fragen hinsichtlich der Rückkehr nach Deutschland, wenn du im Ausland gewohnt hast. Wenn auch du nach Deutschland zurückkehren willst und lange im Ausland warst und denkst, dass da vielleicht das eine oder andere im Argen ist oder auch nicht sicher, ob du wirklich zurückkehren sollst, dann rate ich dir, buche ein Beratungsgespräch. Link hier in der Videobeschreibung. Wir beraten viele Mandanten beim Wegzug aus Deutschland oder auch bei der Rückkehr nach Deutschland und können dich hinsichtlich der hier angesprochenen Themen kompetent betreuen, dir qualifizierte Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Deutschland empfehlen, die in unserem Netzwerk arbeiten und spezialisiert sind, mit Mandanten zu arbeiten, die komplexere Vermögensverhältnisse haben. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.